Norddeutscher Rundfunk 2021 Was sollte das heißen? Das ist der Ende? Oder was? Katholai Hast du nicht gesagt? Ohne Sprache oder früher Kannst du auch von vorne sehen? Man sieht dich ja von beiden Seiten irgendwie Hast du mein Arsch und Gesicht? Ja, Arsch und Gesicht Im Spiegel Reicht doch Also Arsch und Spiegel? Ja, Arsch und Spiegel sehe ich auch, ja Ja Du hör mal mit deinem Patz Es klappt ja wohl selber nicht, dass ich darauf höre Verstehen tue ich das Filmen wir uns einfach weiter Filmen wir uns einfach weiter Das ist für kleine Hände Also so wie es geht Dann haben wir noch hier Die große Hände Die große Hände Die große Hände Die große Pfanne Die große Tügel Die größte Hände Die größte Hände Die größte Hände Ja, aber nur eine Seite. Was ist jetzt mit der anderen Seite? Ich habe die ganze Scheiben hochgedrückt. Davon habe ich nichts zu sehen. Auf meinem kleinen Bildschirm. Merde. Das ging relativ einfach. Hier, gerade über die Kunstmus. Ja, ich habe ja wohl noch die Selbstattacken vom Wettkampf. Ach so. Oh, das war jetzt übersetzt. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles was extra ist. Was? Wie gesagt, du hattest ja eigentlich zum Frühstück da bei der Tum geschossen. Ey, keine Markenamen. Nein. Was heißt ja? Du hast gefragt. Nur am saufen. Weil du kein Alkohol kriegen kannst. Gibt es besser als drauf. Ach, bei der Kamera ist halt alle. Ja. 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 Funktioniert. Ja. Tja. Erklär das bitte. Ja, das war ich ruhig. Ich habe hier extra groß in der Hülle. Ich kann so ein Kino anzeigen. Und die kann ich nicht dran machen. Ja. 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 Ja.